Das ist ein Lico, bei der Länge. Wir sind jetzt 13 Meter aus. Wir sind auf Zeichnetour, ne? Wir werden ja wieder Augenwachen, wir sind einfach. Komm, jetzt sind wir. Spaß, siehst du es? Ja. Oh hier, der Stein hätte es abziehen müssen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist jetzt nur ein bisschen zu rutschig. Danke, dir auch. Oh! Walau. Ich hab's gesehen, ich stell's wirklich nicht, Alter, ich hab mich einfach drüber da. Ah, jetzt hat sich's besser angefühlt. Ja, weil man weicher ist. Jetzt hat sich's besser angefühlt, weil man weicher ist. Ah, ich hab voll die Pfütze, ich hab Klitschasse Schuhe, das ist einmal komplett leer gemacht. Ja, guck mal. Da siehst du, welcher Fuß hinten, welcher vorne ist, ne? Ja, ja. Alter, hab ich gemacht. Ja. Hast du so wenig Luft da gemacht? Nicht täuschen, weil du schräg stehst, ne? Ich hab aber auch wenig Luft drauf gemacht. Du kommst doch dann sonst nicht vernünftig durch hier. Ist doch scheiße. Ja, hab ich jetzt auch gedacht. Mit weniger Luft drauf, geht's besser. Das ist besser. Oh, bessere Kontrolle. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich hab viel zu schweren Gang drin, hab ich gerade gemerkt. Den gerade da unten wollte ich reintreten. Das ist nicht, kannst du mal sehen. Normalerweise hast du vorher noch den letzten Gang gedreht, wenn du runterholst, ne? Weil du schon Geschwindigkeit mitnimmst. Ja, kannst du mal sehen, wie langsam du bist. Ich hab das schon echt in die Anliega und so reingedrückt, ne? Also mehr als... Habt ihr die hier vorne genommen? Ich hab die genommen, ja. War gut? Der erste, der ging noch. Also der ging wirklich noch. Und beim zweiten ist dann so die Geschwindigkeit raus gewesen, dass ich echt Mühe hatte, da rüber zu kommen. Aber hat alles geklappt. Also du musst früh reintreten, voll erlaubt der Bahn, 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 Bahn. Sonst kommst du da nicht rüber. Es sah gar nicht so weit aus. Ist es auch nicht. Beim Vorbeifahren. Ist es auch nicht. Der erste hier vorne oder oben der erste? Ne, der hier vorne. Der erste, der hier vorne geht. Der zweite muss halt... Der zweite? Wenn ihr dann landet, dann müsst ihr noch zweimal reintreten. So, dann kommst du mal weg. Und da hab ich halt eben gemerkt... Also du hast zu kurz, du bist genau in die Mitte reingeknallt beim zweiten. Weiß ich. Der erste sah aber gut aus. Aber spielt doch keine Rolle. Scheißegal. Einfach rüber. Er sigh ihn nicht, von der bummer ihn nicht in die Mitte einigert. Aber ist dieurgence, den eurem deceive aufknattert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wurde, jetzt nicht stürzen. Das ging jetzt aber. Ich habe auch in die Stimme jetzt zwar nicht ganz so gezogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tomo? 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 Bis zum nächsten Mal.